Hallo Leute, alles klar bei euch? PatakaDXGaming hier und herzlich willkommen zu meinem Dribbling-Tutorial für FIFA 13. In diesem Video zeige ich euch die verschiedenen Arten des Dribblings und ich gebe euch außerdem ein paar allgemeine Tipps. Also, grundsätzlich dribbelt ihr ja, indem ihr den linken Stick bewegt. Dann habt ihr sehr viele verschiedene Möglichkeiten. Ihr könnt L2 halten, um mithilfe des rechten Sticks Spezialbewegungen auszuführen. Dann könnt ihr euer Dribbling mit dem Drücken von L1 stoppen. Wichtig ist hierbei, alle anderen Tasten wie die Sprint-Taste oder den linken Stick loszulassen. Euer Spieler stoppt dann direkt. Nachdem ihr steht, ist es möglich, das Complete Dribbling auszuführen. Haltet dafür L1 gedrückt und bewegt den linken Stick. Ihr habt nun volle Kontrolle über den Ball, die Ballführung ist sehr eng. Und zum Schluss könnt ihr durch das gleichzeitige Halten von L2 und R2 erreichen, dass euer Spieler dribbelt und dabei den Kopf andauernd anhebt. Falls ihr den Ball nach vorne legen wollt, müsst ihr den rechten Stick einmal kurz in die gewünschte Richtung nach vorne drücken. L1 ist LB auf der Xbox, L2 ist LT und R2 ist RT. Das war nun die grundlegende Steuerung in der Trainingsarena erklärt. Bevor wir nun fortfahren, noch ein paar Sätze zu den Spezialbewegungen. Da ich parallel zu meinen Tutorials auch ein Skill-Handbuch führe, werde ich die Spezialbewegungen hier nicht weiter ansprechen. Drückt auf den Bildschirm, um zu der Playlist zu kommen, wo nach und nach alle Tricks hinzugefügt werden. Alternativ könnt ihr auch dem Link in der Videobeschreibung folgen. Lasst uns mit den Tipps über das Dribbling fortfahren. Wenn ihr Platz habt, haltet R2 zum Sprinten. Falls sehr viel Platz ist, legt den Ball nach vorn, um noch schneller voranzukommen, beispielsweise bei Kontern. Aber wenn ihr euch nah am Gegner befindet, habt ihr zwei Möglichkeiten. Ihr könnt entweder eure Geschwindigkeit nutzen, um an ihm vorbeizukommen, oder ihr dribbelt langsam und überlegt an ihm vorbei. Ich dribble oft langsam, weil man hier einfach eine bessere Kontrolle über den Ball hat. Bewegt euren Spieler nur mit dem linken Stick, mehr braucht ihr nicht. Und dann kommt das Wichtigste beim Dribbeln in FIFA. Versucht, den Körper eures Spielers zwischen dem Ball und den Gegner zu bekommen, so schützt ihr den Ball. Das braucht zwar viel Training, aber wenn ihr dies beherrscht, dann kommt ihr an jedem Gegner vorbei, auch ohne Spezialbewegungen. Auch beim Toreschießen ist es ein sehr hilfreicher Tipp. Wenn ihr den Ball bekommt, dreht euch um und schützt den Ball mit dem Körper, um dann ganz einfach abzuschließen. Keine Chance für den Gegner. Das Dribbling mit erhobendem Kopf ist ebenfalls nützlich. Es wird beispielsweise von den Barcelona-Spielern praktiziert. Wenn ihr auf euren Gegner zulauft, drückt L2 und R2, um maximale Kontrolle über den Ball zu erhalten. Kurz vor dem Gegner drückt ihr dann den linken Stick in die Richtung, an der ihr am Gegner vorbeikommen wollt. Und sobald euer Spieler seine Richtung ein kleines bisschen ändert, lasst L2 und R2 los und lauft vorbei. Ich würde euch sehr stark die Skillgames fürs Dribbling empfehlen, denn hier habt ihr die Möglichkeit alle Arten zu trainieren und außerdem gibt es im Spiel noch ein paar hilfreiche Tipps. So, alles in allem solltet ihr in engen Situationen langsam laufen und dribbeln und das Tempo herausnehmen und den Ball mit eurem Körper schützen und abschirmen. Okay Leute, das war auch schon alles, was ich zu diesem Thema sagen wollte. Falls es euch gefallen hat, hinterlasst bitte einen Daumen hoch und abonniert mich für mehr. Viel Spaß noch mit FIFA 13 und schaut mal auf meinem Kanal vorbei, wenn ihr weitere Videos sehen wollt. Bis dahin, macht's gut, tschüss! Bis dahin, macht's gut.